halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu die säulen der erde buch 3 kapitel 21 epilog so wir sind sehr frisch ja ich weiß nicht wer da gerade geht es stand da auch nicht dass irgendwie jahre vergangen sind oder so ich gehe mal davon aus dass philipp tot ist jeder mal sehr stark von aus weil wie sollte es sonst an also wie sollte es sonst sein die kirche scheint jetzt endlich fertig gebaut zu sein nein erlebt philip lebt oh mein gott philip lebt gehe nach hause wow die sieht wirklich schön aus als immer noch dran wie groß die geworden ist ne hammer prior jonathan ist prior philip es ist so gut dich zu sehen aus den jahren vergangen wie stehen die dinge in st john and the forest ach er ist wieder da geht es gut das ist wunderbar ihm gefällt das leben dort du wirkst besorgt jonathan nun ja du hast einen besucher er ist soeben angekommen ich war mir nicht sicher ob du ihn sehen wolltest du ihn sehen wolltest wer könnte das sein krimigius nee oder wollerin nein wer könnte das sein es ist lange her wollerin ja das stimmt ich muss es einfach wissen was wissen die wahrheit ist ich habe gott nie gesehen oder den teufel was ist mit euch oh herr erlöse uns von dem übel mein gott wir müssen doch etwas tun können hört sofort auf seid ihr blind wisst ihr nicht das feuer jeden verbrennt ganz gleich wer er ist warum tut ihr das nach warrens worten zweifeln sie an meiner aufrichtigkeit und der meines bruders worte können diesen zweifel nicht auslöschen gott kann es gott ist ein reinigendes feuer das feuer geht aus wer lacht denn da wie ist das möglich es ist alles eine frage der perspektive wir müssen das beenden nein komm komm großer gott nein aber das ist es was sie sehen was sie glauben ja oh gott es lascht die flammen es ist ein trick für sie ist es ein wunder die gerechtigkeit der kirche ich glaube philip versteht das jetzt seine bücher werden vernichtet wenn ihr je wieder das weiße schiff erwähnt verspreche ich dass ihr philips platz einnehmen werdet dann wird gott nicht so nachsichtig sein der glaube an euch und eure kirche ist wieder hergestellt das war es doch wert philip zu verschonen die haben das nur für die leute draußen so aussehen lassen versprecht mir dass walleran leiden wird so aussehen lassen als wenn er verbrennen wird und dann würde er verschont werden 1175 aber die haben das da bei ihm 20 jahre später mit wasser gefüllt und so ist er nicht verbrannt das wusste aber keiner von unten nur von oben habt ihr gott gesehen hat er euch in jener nacht gerettet antworte nicht wallerin musste ihn selbst finden also habe ich es ihm nicht gesagt philip ist wieder da philip philip schön dich zu sehen bist du wieder den ganzen weg gelaufen nur ein stück alter na allen blieb bei uns in kingsbridge zusammen mit tom ich dachte ich hatte gott verloren dass er nicht über uns wacht aber jetzt sehe ich ihn jeden tag er ist in dem guten das wir tun darin wie wir unsere liebe zeigen jacks hände waren rau geworden sein haar grau aber seine augen brannten immer noch wie heiße kohlen es ist gut euch zu sehen alienas blick konnte so streng sein wie der ihres vaters aber ihr herz machte sie zu einer anführerin der die menschen nicht aus furcht folgten sondern aus achtung und treue jonathan sagte uns ihr hättet einen besucher nur ein alter freund was hältst du von diesem fenster jonathan sah seinem vater tom mit den jahren immer ähnlicher als prior von kingsbridge ist er auch eine art baumeister ich habe warme farben verwendet was nutzen die großen fenster wenn sie kalt wirken sally ist so eigensinnig und so begabt wie ihre eltern sie hat das glas fenster geschaffen durch das das licht fällt und ich würde euch gern die pläne für den neuen kreuzgang zeigen tommy wird der nächste baumeister sein er ist so wortkarg wie sein großvater es war einst hörte ich wie er seinen vater ermahnte bei der arbeit ernster zu sein jack lächelte nur auch martha ist in kingsbridge geblieben sie war immer für uns da für jeden von uns ist die kathedrale fertig ich weiß es nicht warum fragst du ihn nicht selbst ist die kathedrale fertig sie wird nie fertig sein nicht in meiner lebzeit nicht in deiner erinnert euch an uns für das was wir taten dafür wer wir waren und vielleicht dafür wer wir versucht haben zu sein und wenn ihr eure augen auf unsere kathedrale richtet dann vielleicht seht ihr euch selbst so ähm die säulen der erde im auge des stürms kapitel 21 epilog was du getan hast du hast wolverins frage über gott nicht beantwortet du hast die säulen der erde durchgespielt so ich weiß jetzt nicht was passieren wird ob jetzt nur noch ein epilog vor also jetzt nur noch so ein abspann folgt oder mit schöner musik im hintergrund oder so ein abschieds wie ich video da von dem spiel deswegen werde ich jetzt erst mal zu euch sprechen und dann halt den abspann laufen lassen oder das was halt danach kommt und mich dann still verabschieden so die säulen der erde ja es war erst mal ein grandioses spiel ich halte normalerweise überhaupt nichts von religion von gott schon mal gar nicht also das hat auch viele gründe und ich verurteile aber auch niemanden der wirklich fromm ist und an religion seine religion hat und auch an gott glaubt oder so das ist ja jedem das seine allerdings ähm fand ich das spiel sehr gut die story war sehr gut es hat sich ja ja was heißt es hat sich nicht nur sehr darum gedreht sondern es drehte sich ja auch viel um politik eigentlich ähm das spiel kommt äh den film ich sag jetzt film ich weiß dass das also es war man man ist sich streitig darüber es gab ja also es erst mal ist ja die geschichte basierend auf eine buch auf ein buch so ich sag jetzt mit absicht nicht buchreihe ähm es es ist eine art reihe zwar schon aber die säulen der erde ist das allererste buch so und äh die story ist auch abgeschlossen das spiel hier ist ist so gesehen das erste buch ich ähm ich werde mal eben kurz das internet aufmachen sonst kriege ich das alles nicht mehr so zusammen so so ähm der roman ist ja von ken follett ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen so und der erste band war die säulen der erde eine abgeschlossene geschichte die dieses spiel beinhaltet und auch der film beinhaltet und auch der film also der film der in mehreren teilen aufgeteilt wurde oder auch die fernsehserie ich glaube es waren nur vier oder sechs teile ähm basiert auch nur auf dem ersten buch ähm er hat danach ähm noch andere äh äh bücher geschrieben und zwar ähm die äh tore der welt und auch ähm das fundament der ewigkeit und noch viele andere ähm die tore der welt und das fundament der ewigkeit zum beispiel ähm ähm die kenne ich auch noch davon gab es wohl auch äh ein film oder filme aber die sind nicht so eingeschlagen wie äh die säulen der erde und ähm das dreht sich halt also es hat nichts mehr wirklich mit den personen zu tun die wir jetzt hier in der säulen der erde kennengelernt haben und es spielt wirklich ich glaube jahrzehnte danach irgendwie und ähm ja ähm das war jetzt soweit ich habe mir jetzt so die ähm die serie habe ich mir jetzt auf amazon prime nochmal angeguckt also ich habe es mir gekauft und habe es mir nochmal angeguckt weil das ja wirklich sehr gut ist ich ich sag film weil sehe eine serie war es für mich nicht weil das war für mich einfach ein film der wirklich in mehrere teile aufgeteilt wurde ähm ja ähm die für äh ich fand den film sehr gut und ähm hab dann auch mal wieder geguckt ach wer hat denn hier äh wen mal gespielt und so weil ich wusste ich wusste auf jeden fall dass es sehr bekannte äh schauspieler auch waren äh moment ich guck mal eben denn das muss ich definitiv noch so und zwar den jack hier den jack den hat nämlich der äh eddie redmayne ich hoffe der wird so ausgesprochen gespielt das ist auch derselbe der ähm die phantäe in den fantastischen tierwesen den zauberer da gespielt hat der hier mit dem koffer immer rumläuft ich hab vergessen wie er heißt ähm ja dann hatten wir noch äh rufus savell der ich weiß gar nicht mehr wen der gespielt hat ich glaube der hat alfred gespielt oder den tom bilder ich weiß es jetzt nicht mehr auf jeden fall ähm ja äh der hat auch den ich sag mal den dunklen ritter gespielt bei ritter aus leidenschaft mit hea fletscher dann hatten wir natalia äh äh natalia wörner eine sehr bekannte deutsche schauspielerin weil das ist eigentlich ja also ein film aus ne mit englischen schauspielern ich sag mal amerikanischen schauspielern halt so ne äh das ist eine sehr das ist eine deutsche schauspielerin eine sehr gute die ähm ja kenne ich jetzt zum größten teil die hat die ellen gespielt übrigens äh die kenne ich aus dem ähm aus dem film ähm miss texas das war auch ein zweiteiler äh ich weiß gar nicht wo sie sonst noch irgendwo mitgespielt hat also halt immer mal wieder so ne äh ian mc shane den kennen auch viele ich weiß aber jetzt sag mir mal wo der mitgespielt hat ich könnte es jetzt sagen aber ach ja genau der spielt in der serie american gods genau das ist ja der odin pirates of the caribbean genau da hat er ja bei dem war das der vierte teil da hat er den blackbeard gespielt bei john wick ja genau da hatte der ja auch eine rolle ähm bei der john wick reihe das war war das der besitzer das war der besitzer des äh hotels wo man da immer halt ausschau halten konnte auf jeden fall ja bei ganz bekannte leute und so ne also ich schweife ab ähm ich lege jedem nah wirklich ähm wenn er keine lust hat das buch wirklich zu lesen äh sich wenigstens äh den film reinzuziehen oder die serie sag ich mal in Klammern ähm ja äh es ist äh ist natürlich nicht alles haargenau wie in dem spiel es ist natürlich in dem film nicht alles haargenau wie im buch das kennt man ja es unterscheidet sich immer mehr aber äh es ist eine interessante geschichte aber natürlich auch ein richtig schöner dicker schinken also ich würde es natürlich eher empfehlen zu lesen aber ne das ist schon puh also da ist game of thrones sag ich jetzt mal nichts gegen also bei game of thrones ähm hab ich es zum beispiel sein gelassen äh mir die bücher zu also mir die romane zu holen weil ähm die politik und diese verstrickungen mich schon bei der serie ein bisschen am rand äh zum rand also der verzweiflung gebracht haben ähm ich äh also es ist ich tu mich damit äh tu mir damit schwer mhm ja so was kann ich über das spiel sagen das spiel war einfach nur klasse für ein point and click es war gefühl drinnen äh es war total emotionsvoll äh da waren Emotionen drin ich hab geweint ich hab gelacht ich die ich hatte Hass wirklich Hass ne und es war alles so angenehm trotz alledem und ich hab mich jedes Mal gefreut weiterzumachen weiterzuspielen und zu gucken ah na wie geht's denn jetzt und so also ähm ja es war toll und ich fand es super dass ähm es wirklich Entscheidungen gab ich weiß nicht ob diese Entscheidungen wirklich Einfluss auf den Spiel äh Lauf hatten aber man hatte wirklich das Gefühl je nachdem was man sagt hat es irgendwas beeinflusst und das fand ich sehr toll also ein wirklich Hochachtung das äh muss ich ganz ehrlich sagen ja was kann ich sonst noch sagen eigentlich nichts denn ähm ein schönes Spiel geht zu Ende also mich hat es auf jeden Fall gefreut mir hat es Spaß gemacht und ähm ja ich lasse jetzt halt das letzte jetzt halt jetzt noch so laufen ich weiß nicht ob jetzt noch ein Epilog kommt Video abspannt keine Ahnung was ich lasse es durchlaufen ich verabschiede mich jetzt schon bei euch ähm auch wenn ich gleich nochmal kurz was sprechen sollte ihr hört jetzt von mir ein Tschüss bis zum nächsten Mal und danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018